Was ist das für ein Tanz, den wir hier machen? Uh, was ist das für ein Tanz? Kennt ihr gar nicht? Uh, das ist aber ein Wilder-Tanz. Schön macht ihr das. Schön macht ihr das. Jetzt beruhigt ihr euch, weil ich bei euch bin. Stimmt's? Ach, sind die schön, du. Oh, guck doch mal dahin sind die so schön. Deshalb habe ich doch auch mal ein Foto gemacht. Und nicht nur das, auch einen kleinen Film gemacht, ne? Weil ihr so schön seid. Oh, seid ihr so schön. So bewegt ihr das. Warum ist denn jetzt so? Kommt Gewitter. Das ist immer, eh, immer Wind. Jetzt kommt aber noch ein Kälter. Oh, dann kommt Kälter. Oh. Na ja, aber hat mich erfreut, euch zu treffen. Mit euch zu sprechen, ne? Na ja, alles okay. Nicht schön aus. Aber ist halt voll im Wind jetzt. Voll im Wind. Außer noch kein Orkan. So, das war's, Freunde. Und tschüss.